Auf dem Weg ans Kreuz hätte Jesus jede Zeit Legionen von Engels in Hilfe rufen können. Warum hat er es nicht getan? Warum hat er es nicht getan? Du bist die Freude, die ihm vor Augen waren, um das Kreuz zu eintragen. Du bist die Freude, die ihm vor Augen waren, um die Schande zu eintragen. Jetzt kann dich niemand mehr verrateilen. In Jesus kann dich niemand mehr verrateilen. Halleluja! Halleluja!